Die Islamverbände Deutschlands haben sich zum Anschlag in Solingen geäußert und wie könnte es anders sein, genau wie in Mannheim bei Ruvenlauer, vergessen sie, dass es um Islamismus geht, kann ja mal passieren, sogar in Solingen, dass sich der IS dazu bekannt hat, haben sie einfach mal weglassen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal, wir können uns hier anschauen, egal welchen der großen Islamverbände ihr haben wollt, sie haben alle nicht die entscheidenden Worte gesagt, sie haben einfach nur bla bla gemacht, bla bla, sie sprechen von einem schrecklichen Messerangriff, sie sprechen von einem Angriff auf uns und warnen, dass die Gesellschaft sich nicht spalten lassen darf. Und was haben sie nicht gesagt? Sie haben nicht gesagt, dass der junge Mann sich zum IS bekannt hat und dass der IS diese Tat für sich reklamiert. Sie haben auch nicht gesagt, dass das eine islamistische Terrorattacke auf deutschem Boden war. Nein, das hat damit nichts zu tun. Leute, das ist völliger Wahnsinn, was soll man dazu sagen? Wie können sie hier nur? Der sogenannte Zentralrat der Muslime, der ZMD, der aus der Türkei gesteuerte DITIB-Verband, der die meisten Moscheen in Deutschland kontrolliert, die islamische Gemeinschaft, die islamische Gemeinschaft, IGMG, egal wer, in ihren Stellungnahmen gibt es nur allgemeine Phrasen und ansonsten keine wirklichen Fakten, die uns hier am Ende weiterbringen. Es gibt nicht nur mich, der das kritisiert oder der das schlecht findet. Es gibt hier auch Islam-Experten, die selbst Muslime sind, denen das so richtig auf den Sender geht, so richtig auf den Zünder geht, dass sie eigentlich am liebsten losfliegen würde wie eine Mörsergranate. Wie können sie einfach nur die Hälfte der Wahrheit einfach unter den Teppich kehren, ja? Denn bei den, wie sagen sie immer, bei den Opfern von den Rechten sagen sie immer, say their names, sagt ihre Namen. Und jetzt heißt es in Solingen, instrumentalisiert nicht diese Opfer. Ja, Leute, genau mein Humor, genau mein Humor, eine Gesellschaft kurz vor ihrem Ende in der Spätphase der römischen Dekadenz, wenn man so einen Wahnsinn auch noch zulässt, aber es ist, wie es nicht anders da sein kann. Es gibt hier auch Islam-Experten, die sagen, ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Es gibt ein Bekenner-Video und dennoch wird es einfach weggelassen. Ja, in dem Bekenner-Video wurde ganz klar der Gaza-Krieg mit erwähnt. Das lassen sie völlig unter den Teppich fallen. Sie wischen das weg, als wäre das völlig irrelevant. Dabei muss man bei Gaza immer wieder dazu sagen, ein Überfall auf ein anderes Land mit Mord und Vergewaltigung ist ein Angriff, ja? Aber dafür hat er sich hier gerecht. In Halle und in Hanau, da waren die Islamverbände ganz groß, ja, hatten ein breites Kreuz, sind demonstrieren gegangen auf der Straße und haben immer wieder gesagt, die Rechtsextremen und der rechtsextreme Terror, er bedroht die Muslime. Und jetzt, die islamistische Terrorattacke, oh, das Wort Terrorattacke lassen wir weg. Oh, das Wort Islamistisch lassen wir weg. Wir sagen einfach, ein Messerangriff auf uns alle. Also, dass die sich halt auch nicht blöd dabei vorkommen. Mit dieser Haltung wird, also, diese Haltung der Verbände, sie ist keine Haltung, denn sie sind keine Partner auf Augenhöhe. Sie sollten ja Partner sein, diese Religionsbehörden oder wie man das nennen möchte, diese Verbände im Kampf gegen religiösen Extremismus, ja? Weil sie sich an die fundamentalen Grundwerte halten. Aber sie können doch nicht mal einfache Sachzusammenhänge konkludent am Ende in eine syntaktisch sinnvolle Wortkette bringen, was man dann Text nennt, ja, den man vorlesen kann, wo dann drinsteht, oh, eine IS-Tat, oh, ein islamistischer Terror, hm, schlecht, hm, ein Glaubensbruder von uns, ja. Nein, das wollen sie nicht hören. Denn wenn diese Religionsgemeinschaften mit ihrer Haltung diesen Islamismus einfach klein machen und unter den Teppich kehren und das nicht beim Worte nehmen, dann provozieren sie damit, dass alle Muslime unter diesen Teppich gekehrt werden, damit sie wieder was gegen rechts machen können. Ganz mein Humor. Sie sind aber vor allem Handlanger des Islamismus. Und da sind wir dann beim Terrorismus. Und da muss man sagen, Leute, eure Glaubensfreiheit, die ist so schnell weg. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Schneller, wie es eine Klatsche gibt, kann die einfach weg sein, weil ihr dann alle in den Terror-Tatbeständen drin seid, weil ihr euch nicht genug distanziert. Da muss man aufpassen. Man hat schon ganze Sekten einfach über Terrorgesetzgebung dann eingeknastet. Wäre ja schlimm, wenn man das mit Millionen von Muslimen in Deutschland machen muss, weil sie sich hier von ihren Islamverbänden in den Terror hineinziehen lassen, weil sie sich nicht distanzieren können. Und es gibt genug Muslime, die auch unter meinen Videos kommentieren, dass ich in der Sache recht habe, in der Sache zwar sehr hart bin, was den Islam angeht, aber gewisse Dinge einfach aus einem anderen Jahrtausend stammen, die man heute so nicht mehr benutzen kann. Aber das ist wirklich eine spannende Diskussion. Es wird am Ende wieder in zwei Wochen kein Hahn danach krähen, wie man so schön sagt. So wie Ruvenlauer quasi umsonst gestorben ist, wobei umsonst wäre jetzt zu viel gesagt. Die Polizisten, sie schießen wieder, sie entstauben, entrosten wieder ihre Dienstwaffen. Sie werden regelmäßig eingesetzt. Es gibt jeden Tag Schusswaffengebrauch inzwischen von der Polizei. Das ist wirklich blöblich, das ist vorbildlich. Schlimm und traurig ist, dass dafür ein Polizist sein Menschenleben lassen musste. Völlig, völlig sinnlos ist dieser Mord gewesen. Und der Generalbundesanwalt sitzt sich mit seinem Hintern immer noch die Akten platt zu dem Anschlag in Mannheim, wo man nochmal sagen muss, ein auf Video dokumentierter Mord. Da gibt es keine Verteidigungsstrategie. Leute, nach 14 Tagen könnt ihr dem den Prozess machen. Wir haben jetzt schon die DNA-Ergebnisse zum Beispiel aus Solingen. Da ist die Sache noch nicht so klar, weil sie gar keine Videos veröffentlicht haben. Und in Solingen kommen so viele Dinge zusammen, wo man inzwischen sagen muss, Leute, diese ganze Geschichte, irgendwas kann da nicht stimmen. So viele Ungereimtheiten. Der Attentäter ist dann, der hat sich nicht nur im Hinterhof versteckt, der soll dann auch nochmal Bus gefahren sein in Solingen. Und dann hat ihn ein Bildleserreporter auch noch beim Busfahren fotografiert. 26 Stunden nach der Tat mit 800 Polizisten in der Stadt. Also, da kommen so manche Dinge. Dann habt ihr das gesehen, der Videobeweis, wo sie sagen, das Bekennervideo wurde gemacht an dieser Wand von diesem Supermarkt, muss man sagen, seid ihr zu blöde, den Kabelkanal zu sehen. Auf dem einen Foto läuft er zwischen den zwei Plakaten, auf dem Bekennervideo läuft er am Rand von den Plakaten. Das ist nicht dieselbe Situation. Und das sieht man trotz der schlechten Qualität. Also, bitte kommentiert das mal, wenn ihr das anders seht wie ich. Wenn ihr hier seht, dass diese Situationen deckungsgleich sind. Ich habe das gesehen, zwei Sekunden sagte ich, Leute, sieht mein Kind? Also, das sind wie diese Finde für einen Fehler auf der anderen Seite vom Buch. Das sieht man doch, das ist nicht das gleiche Plakat. Egal, ob Licht an oder Licht aus. Aber es sind die Spezialisten, es sind unsere Staatsschützer, unsere LKA-Beamten, unsere BKA-Beamten, der BND, der Generalbundesanwalt, die Elite Deutschlands, muss man sagen. Zumindest das, was davon übrig ist. Oder sie halten sich dafür. Sie sind am Ende die Ermittlungsbehörden, die hier am Ende die vollste Gewalt des Staates haben. Meinen vollsten Respekt. Inzwischen pröckelt der Respekt, denn es läuft da immer noch der Hezbollah-Typ in Berlin rum. Ich habe keine Pressemitteilung des Generalbundesanwaltes. Nichts, einfach gar nichts. Ja, aber hier den IS-Typen, den haben wir mal einkassiert. Es gibt keine Videos der Tat, nichts ist öffentlich. Es gibt diese ganzen Widersprüche. Ich bin gespannt, was da jetzt am Ende noch herauskommt. Ich sage nicht, wir haben drei Tote und acht Schwerverletzte. Es gab doch schon Messerangriff. Aber dieses Foto, was herumgereicht wird, was auch KI generiert sein soll, das, was ich vermute, ist, man hat die ganzen Bilder, die man hatte von ihm, hat man in eine KI gepackt und er hat ein Bild rausgerechnet. Und das kommt ungefähr hin. Aber sie müssten das dazuschreiben, wenn das kein echtes Bild ist, sondern ein, aber völliger Wahnsinn, Leute. Es wird hier auch von den Islamverbänden uns niemand unter die Arme greifen. Es wird am Ende wieder Blut fließen müssen in Europa. Es fließt jetzt schon Blut, allerdings fließt jetzt nur das Blut der Ungläubigen, der Kuffar. Und das wird sich irgendwann auch ändern, spätestens wenn der Wind dreht im Land. Und spätestens dann, wenn die Politik komplett versagt hat, wird der deutsche Michel auch wieder zu seinem Küchenblock greifen und sich im Zweifel selbst verteidigen. Denn jeder ist sich selbst der Nächste und dann kommt lange nichts und dann kommen andere. Das müssen die Leute endlich mal wieder begreifen. Und irgendwann heißt es dann halt auch wieder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das sind auch böse Worte in diesem Lande. Muss man aufpassen, darf man nicht sagen. Es sind irgendwelche NS-Vergleiche, sagen sie immer, sie sind völlige Banane, ja, völlige Banane. Abonniere den Kanal, schau bei Auswandern mit dem Kopf vorbei, wirklich spannende Themen für arm oder reich, für jung oder alt. Für jeden, der auswandern will, ist da was dabei. Ansonsten, ich habe Telegram für die unzensierten Bilder, die YouTube mich hier nicht senden lassen möchte. Ansonsten habe ich noch X und damit war wohl nix. Nein, Spaß. Wir sind am Ende des Videos. Damit sage ich Tschau. Bis bald. Bis bald.